Herzlich willkommen! Gut, dass ihr dabei seid, denn heute gilt wieder einmal Wissen ist Macht. Das gilt ganz besonders für dieses Thema der Hormonersatztherapie, denn gerade zu diesem Thema gibt es unglaublich viel falsche Informationen. Bei der Hormonersatztherapie stehen aufgrund von verschiedenen Informationen häufig die Ängste vor Risiken und Nebenwirkungen extrem im Vordergrund und die riesigen Vorteile bleiben auf der Strecke. In diesem Video schauen wir uns die Vorteile und die Nachteile genauer an, so dass ihr nachher Bescheid wisst und euch selber ein Bild machen könnt und entscheiden könnt, was hier sinnvoll ist. Als erstes müssen wir uns anschauen, welche Hormonprodukte es überhaupt für die Hormonersatztherapie gibt. Im natürlichen weiblichen Zyklus sind zwei Hormone wesentlich, das ist das Östrogen und das Progesteron. Und es sind auch im Wesentlichen diese zwei Hormone, die Veränderungen und Beschwerden machen, wenn die Produktion in den Eierstöcken zurückgeht. Solche hormonellen Veränderungen machen sich unter Umständen schon viele Jahre vor der Menopause bemerkbar. Die Menopause ist der Moment der letzten Menstruation. Zu den Symptomen, die schon viele Jahre vor der Menopause durch hormonelle Veränderungen auftreten können, habe ich bereits ein Video gepostet. Schaut euch also auch dieses Video an, gebt mir auch dort ein Like und ein Abo. Vielen Dank! Um diese beiden Hormone, das Östradiol und das Progesteron, zu ersetzen, gibt es, und das ist die gute Nachricht, die genau gleichen Hormone auch in Form von Tabletten oder Schäl oder Pflaster. Weil das natürliche Progesteron nicht so geeignet ist, als Tablette eingenommen zu werden, gibt es eine Vielzahl an synthetischen Gestagenen. Gestagen ist die Bezeichnung für ein Hormon, das ähnlich wie Progesteron wirkt. Die synthetischen Gestagene sind chemisch stabiler, sodass sie auch als Tablette eingenommen werden können und im Körper eine starke Progesteron-ähnliche Wirkung entfalten. Es ist aber ganz wichtig im Kopf zu behalten, dass eben synthetische Gestagene nicht genau gleich wie Progesteron sind und daher auch nicht genau die gleiche Wirkung erzeugen können. Aus diesem Grund können synthetische Gestagene eine Vielzahl an Problemen und Nebenwirkungen verursachen, die mit dem natürlichen Progesteron nicht vorkommen. Neben dem natürlichen Östradiol gibt es vor allem in den USA auch Pferdeöstrogene, sogenannt Equine-Estrogene. Diese werden als konjugierte Equine-Estrogene oder abgekürzt CEE bezeichnet. Und welche Überraschung? So wie die synthetischen Gestagene nicht gleich wirken wie das natürliche Progesteron, so wirken auch die Pferdeöstrogene nicht gleich wie das natürliche Östradiol. Die gute Nachricht dazu, Pferdeöstrogene sind in Europa kaum mehr erhältlich und in der Schweiz seit 2018 überhaupt nicht mehr auf dem Markt. Schauen wir uns als erstes die Vorteile und der Nutzen einer Hormonersatztherapie an. Eine ganz gute Zusammenfassung bietet diese sogenannte Meta-Analyse, die eine Vielzahl von Studien zusammenfasst, die zuletzt 2017 aktualisiert wurde. Und vorab, es gibt mindestens zwei wesentliche Gründe, warum diese Datenlage mit Vorbehalt zu betrachten ist. Das erste ist, diese ganze Datenlage basiert auf Equinen, auf Pferdeöstrogenen, weil es amerikanische Daten sind und das natürliche Östradiol dort kaum zum Einsatz kommt. Der zweite Grund ist, dass die teilnehmenden Frauen an all diesen Studien meistens weit nach der Menopause waren und im Durchschnitt etwa um 60 Jahre alt. Die Daten beziehen sich also auf Frauen, die deutlich älter sind, als die Frauen in der Perimenopause, also der Zeit um die Menopause, bei denen wir den Hormonersatz in der Regel anwenden. Aber kommen wir zu den Vorteilen. Insgesamt scheint es Frauen mit Hormonersatz einfach deutlich besser zu gehen und sie haben eine bessere Lebensqualität als Frauen, die keinen Hormonersatz bekommen. Das wurde schon in dieser Studie 2013 deutlich dargestellt. Der Hauptnutzen der Hormonersatztherapie ist der positive Nutzen auf die sogenannten Vasomotor Symptoms. Das sind die Hitzewallungen, das Schwitzen und insbesondere auch das nächtliche Schwitzen. Diese Erkenntnis ist bei weitem nicht neu und war schon zum Zeitpunkt dieser Meta-Analyse von 2004 keine neue Erkenntnis. Es ist wirklich relativ klar, für diese Vasomotor Symptoms hilft einfach nichts so gut wie ein Hormonersatz. Kommen wir zu einem weiteren Punkt. Der Rückgang des natürlichen Östradiols, des natürlichen Östrogens, führt dazu, dass die Haut im Bereich der Scheide und im Bereich der Harnröhre mit der Zeit dünner und empfindlicher wird. Das führt dazu, dass die Haut im Bereich der Scheide trockener wird, dass sie Juckreiz verursacht oder dass es auch zu einem Brennen kommt. Auch die Sexualität wird dadurch eingeschränkt. Auch für dieses Problem hilft eine Hormonersatztherapie erwiesenermassen. Manchmal ist die Einnahme oder die Anwendung von Gel mit Östradiol nicht ausreichend. Dann ist es eine Möglichkeit, zusätzlich eine östrogenhaltige Creme für die Scheide anzuwenden. Ein ganz wesentlicher Nutzen einer Hormonersatztherapie ist die Stabilisierung oder sogar die Erhöhung der Knochendichte. Eine Hormonersatztherapie kann eine Osteoporose, eine Knochenarmut, verhindern. Was aber ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang, nicht nur die Knochendichte wird stabilisiert oder verbessert, sondern auch das Risiko für Knochenbrüche aufgrund einer Osteoporose wird deutlich reduziert. Und schliesslich reduziert eine Hormonersatztherapie die Wahrscheinlichkeit, eine Zuckerkrankheit, einen Diabetes mellitus zu entwickeln. In diesem Zusammenhang konnte gezeigt werden, dass bei Frauen mit Hormonersatz das Bauchfett reduziert wird und der Insulinspiegel. Bei Frauen, die bereits einen Diabetes mellitus haben, wird durch eine Hormonersatztherapie der Insulinspiegel gesenkt und auch die Blutzuckerwerte verbessert. Schauen wir uns als nächstes an, welche Risiken bestehen, wenn eine Hormonersatztherapie gemacht wird. Auch die Risiken sind recht übersichtlich in dieser Meta-Analyse von 2017 zusammengefasst, die ich bereits schon erwähnt hatte. Und noch einmal zur Erinnerung, diese Daten beziehen sich auf Pferdeöstrogene und synthetische Gestagene. Auf dieser Zusammenstellung seht ihr das Risiko für eine kombinierte Hormonersatztherapie, wenn also Pferdeöstrogene und synthetische Gestagene gegeben werden. Es sind die Zahlen angegeben, wie viele von 1000 Frauen von dem entsprechenden Problem betroffen sind. Wie ihr seht, sind etwa 3 bis 7 von 1000 Frauen von einem Herzinfarkt betroffen, wohingegen es ohne Hormonersatz nur 2 sind. Bei den tiefen Venenthrombosen sind es 4 bis 11 Frauen mit Hormonersatz und nur 2 ohne. Einen Schlaganfall erleiden 6 bis 12 Frauen mit und etwa 6 Frauen ohne Hormonersatz. Von Brustkrebs sind 20 bis 30 Frauen pro 1000 mit Hormonersatz und nur etwa 19 ohne Hormonersatz betroffen. Erkrankungen der Gallenblase, also Gallensteine und Gallenblasenentzündungen, kommen mit Hormonersatz bei etwa 38 bis 60 Frauen pro 1000 vor, ohne nur etwa bei 27. Von Lungenkrebs sind mit Hormonersatz etwa 6 bis 13 Frauen betroffen, ohne Hormonersatz nur 5. Als nächstes müssen wir uns die Risiken anschauen, wenn wir Pferdeöstrogen alleine geben. Eine Hormonersatztherapie mit Östrogen alleine ist dann möglich, wenn die Gebärmutter nicht mehr vorhanden ist. Dann ist es nicht unbedingt notwendig, zusätzlich ein Gestagen oder Progesteron zu geben. Hier sieht die Situation schon besser aus. Das Risiko für Venenthrombosen liegt bei 2 bis 10 Fällen pro 1000 Frauen mit Hormonersatz und nur bei 2 ohne. Von einem Schlaganfall sind mit Hormonersatz etwa 25 bis 40 Frauen pro 1000 betroffen, ohne 24. Für die Gallenblasenerkrankungen ist das Risiko genau gleich, wie wenn man ein Gestagen oder Progesteron dazugibt. Und das gleiche gilt auch für das Risiko für Lungenkrebs. Und ganz wichtig, das Risiko für Herzinfarkt wurde mit der Östrogentherapie ohne Gestagen nicht erhöht. Ebenso wurde das Risiko für Brustkrebs und für Knochenbrüche sogar reduziert. Also noch einmal, eine Therapie mit Östrogen alleine und selbst wenn es Pferdeöstrogene sind, erhöht nicht das Risiko für Brustkrebs. Nachdem wir uns die Situation mit den Pferdeöstrogenen und den synthetischen Gestagenen angeschaut haben, sollten wir uns jetzt mal anschauen, wie die Situation mit dem natürlichen Östradiol, dem bioidentischen Östrogen, das in Europa standardmässig verwendet wird, aussieht. Um diese Frage zu beantworten, gibt es diese ganz tolle Registerstudie aus Finnland. Die Skandinavier sind allgemein sehr gut darin, sogenannte Register zu führen. Alle Arten von Patienten und Behandlungen werden systematisch im ganzen Land aufgezeichnet. Das gibt eine riesige Datenmenge, die nachher ausgewertet werden kann. Aufgrund von skandinavischen Registern konnten schon ganz viele Erkenntnisse gewonnen werden. In dieser Studie wurde ein finnisches Register mit insgesamt rund 490'000 Frauen ausgewertet, die einen Hormonersatz mit Östradiol, also dem bioidentischen Östrogen hatten, in den Jahren von 1994 bis 2009. Alle haben ihre Hormonersatztherapie vor Alter 60 begonnen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn in der Regel wird eine Hormonersatztherapie um die Perimenopause gestartet und nicht erst nach Alter 60 und in dieser Zeit besteht ein sogenanntes Window of Opportunity, eine günstige Zeit, um damit zu beginnen. Und hier sieht nun die Datenlage ganz anders aus. Das Risiko für Herzinfarkte konnte sogar deutlich reduziert werden, um 18 bis 54%. Das gleiche gilt für das Risiko für Schlaganfälle. Hier konnte das Risiko um 12 bis 38% reduziert werden. Und dann sollten wir uns noch diese Meta-Analyse von 2016 anschauen, die sich mit dem Risiko für Brustkrebs befasst hat. In dieser Meta-Analyse sind insgesamt 14 Studien eingeschlossen und es konnte gezeigt werden, dass das Östradiol alleine das Brustkrebsrisiko nicht erhöht. Und was auch gezeigt werden konnte, ist, dass das natürliche Östradiol zusammen mit dem natürlichen Progesteron, also mit bioidentischen Hormonen, das Brustkrebsrisiko ebenfalls nicht erhöht. In der gleichen Meta-Analyse wurde auch untersucht, wie sich andere Gestagene auf das Risiko für Brustkrebs auswirken. Und hier haben wir ein doch sehr interessantes Ergebnis. Wenn wir das natürliche, naturidentische Östradiol zusammen mit dem synthetischen Gestagen Dydrogesteron verwenden, dann wird dadurch das Brustkrebsrisiko ebenfalls nicht erhöht. Mit allen anderen Gestagenen allerdings wird das Brustkrebsrisiko erhöht. Wir sehen also, die synthetischen Gestagene bringen Nachteile mit sich, die das natürliche, naturidentische Progesteron nicht hat. Eine Hormonersatztherapie hat viele Vorteile und einen grossen Nutzen und wenn man sie richtig macht, keine Nebenwirkungen und vor allem keine Risiken. Der schlechte Ruf der Hormonersatztherapie ist also grundsätzlich so nicht gerechtfertigt, sondern nur dann, wenn quasi die falschen Hormone, nämlich Pferdeöstrogene, bei uns zum Glück nicht erhältlich, und synthetische Gestagene verwendet werden. Für die natürlichen, naturidentischen Hormone Östradiol und Progesteron sieht die Situation viel besser aus. Diese bieten praktisch nur Vorteile. Das war's für heute. Wie ihr gesehen habt, gerade zu diesem Thema gilt Wissen ist Macht. Denn wer weiss, wie die richtige Hormontherapie geht, erspart sich viele Nebenwirkungen und Risiken. Teilt dieses Video mit euren Freundinnen und Bekannten, die vielleicht auch an einer Hormonersatztherapie interessiert sind. Dann wissen auch Sie Bescheid. Für die praktische Umsetzung einer Hormonersatztherapie gibt es noch so einiges zu sagen. Das werde ich in einem weiteren Video tun. Bleibt also dran, abonniert meinen Kanal, damit ihr kein Video verpasst, und gebt mir ein Like. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.